Und ein Moinsen zum ersten von zwei Videos heute. Heute Abend kriegt ihr noch den Frubrichs-Talk mit dem guten Cedric zum Schalke-Spiel auf die Ohren, ist ja auch ganz klar. Aber hier erstmal alle Infos zu unserem Pokalviertelvernal beim 1. FC Nürnberg. Genau genommen geht es natürlich hauptsächlich um den Ticketverkauf hier, aber erstmal eins nach dem anderen. Wir und wahrscheinlich auch Nürnberg oder ganz sicher auch Nürnberg aus deren Sicht, haben das wohl leichteste Los erwischt am Sonntagabend. Und klar, vielleicht wäre es noch ein bisschen einfacher gewesen, ein Heimspiel zu haben, aber Nürnberg auswärts ist schon das zweite Einfassung, wenn man es so sehen will. Für Nürnberg klar, Heimspiel plus der VfB ist auch das Einfassende, was geht so. Ich glaube, beide sind happy, beide Vereine mit dem Los. Und nun wird das Spiel eben zeitlich genau terminiert. Mittwoch, 5. April um 18 Uhr. Das war leider klar, dass wir da eben den frühen Anpfiff bekommen, weil die anderen Spiele einfach auch größer sind, sportlich attraktiver sind. Das war alles ein bisschen klar. Ebenso auch das ausschlaggebend dafür, dass wir das einzige Spiel sind, das nicht im Free-TV läuft. Das Spiel läuft nur auf Sky. Der Rest läuft man irgendwie bei ZDF, ARD, Sport1, dies, das, die anderen drei Spiele bei uns halt nicht. Aber auch das war eben klar bei den ganzen Partien. Und leider kommt es nicht zum Duell der Giganten. Also es wäre ja Weinziel gegen Labbadia gewesen. Aber auch unser Abstiegscoach wurde auch dort entlassen in Nürnberg und nun übernimmt Dieter Hecking bis zum Saisonende. Mal gucken, ob es bis dahin dabei bleibt. Aber auch Hecking und Labbadia waren natürlich auch irgendwie ein Trainertraditionsduell. Die sind ja auch beides große Namen so in Deutschland, was das angeht. Dazu Ex-VfB-Jugendspieler, auch schon ewig her, aber offiziell Ex-VfB-Jugendspieler und scheinbar auch Esslinger. Christian Viel ist dort Co-Trainer. Das ist noch so ein bisschen als Nebeninfo. Nun eben zum Wichtigsten den Tickets für das Auswärtsspiel. Weil man so Twitter und Co, wenn da allen ihre Nachrichten nachkommen, sag ich mal, dann ist da schon eine ziemliche Invasion geplant nach Nürnberg, sag ich wie es ist. Wie auch schon letzten Male, hab mal geschaut nochmal. Zu 17 war ich ja auch dabei. Grandioser 3-2 Lars Schmidt, Auswärtssieg, Florian Klein in der 90. Minute oder in der Nachspielzeit. Das war für mich auch weiterhin der Zeitpunkt, an dem wir aufgestiegen sind in der Saison. Damals waren es 18.000 Auswärtsfans in Nürnberg. 18.000. Und zu 18 haben wir auch 2-0 gewonnen. Auch damals unterweilen es hier tatsächlich. 2-0 Ausstieg in Nürnberg. Damals waren es in der Bundesliga dann 10.000 Auswärtsfans. Und ich glaube auch, dass wir bei dem Spiel wieder in diesem Bereich von 10, 15, 20, weiß ich nicht. Also 10, 15.000 Auswärtsfans in dem Bereich kommen könnten an diesem Mittwoch. Trotz eben Mittwoch und trotz 18 Uhr. Das soll schon gehen. Vielleicht hat der VfB ja auch ein paar Geschichten raus mit Sonderzügen. Die Stars, ne? Nun eben die Frage, wie kommt man da ran? Nummer 1 natürlich über den VfB Stuttgart selbst. Ganz klar. Der Ticketshop, die Auswärtsspiele. Hier wurde auch angekündigt, dass am 9.10. März, Donnerstag, 9.10 Uhr, startet hier der Mitgliederverkauf. Einen freien Verkauf wird es voraussichtlich nicht geben. Das hat der VfB in seiner Veröffentlichung quasi zur genauen Terminierung vom Spiel geschrieben. Und wenn man auf die Ticketseite geht, dann steht auch schon nur Mitglieder dran. Also da steht gar kein Zeitraum für einen freien Verkauf. Und ist auch so zu erwarten, glaube ich. Da wird es keinen freien Verkauf geben bei dem Ansturm. Hier eben die große Frage eben wieder, großes Problem oder eher das großes Problem wieder hier, dass du halt als Mitglied wieder an maximal zwei Karten pro Mitglied kommst. Das ist ja die, das ist das Maximale, was geht schon immer dran, maximal zwei Karten pro Mitglied. Und hier wird sich dann wahrscheinlich auch nicht nur für mich, aber auch für mich das Problem ergeben, dass das halt zu wenig sind in dem Sinne. Weil ich werde mich ja wieder so grob um vier Karten kümmern. Ich habe wieder genug Kollegen, die Bock haben. Das heißt, da geht es dann irgendwie darum, wieder über zwei Mitgliedsaccounts jeweils eben maximal zwei Karten zu holen. Und eben gleichzeitig zu hoffen, dass man da irgendwie gleichzeitig reinkommt mit beiden Accounts im Verkauf, der ja auch wahrscheinlich überrand sein wird am Donnerstag. Da bin ich mal sehr auf die Warteschlange gespannt. Und dann irgendwie, also das wäre, da muss ja wahrscheinlich Ostern, Weihnachten und alles auf einen Tag fallen. Über zwei Mitgliedsaccounts werden wir nur zum gleichen Zeitpunkt durch die Warteschlange durchkommen, in den Verkauf reinkommen und dann noch vier Karten nebeneinander zu finden. Also zwei nebeneinander pro Mitgliedsaccount. Das wird eine sehr wille Nummer, bin sehr gespannt. Aber solange ich irgendwie an vier Karten im Auswärtsbau komme, ist das mir auch recht. Dann hocken halt nicht alle vier zusammen, sondern jeweils nur so Zweierpaare. Kriegt man schon irgendwie hin. Da bin ich sehr gespannt drauf. Wo ich aber auf jeden Fall glaube, dass es sichere Karten gibt, ist Nürnberg. Weil Nürnberg verkauft ja auch, ist ja logisch. Auch die haben wieder Dauerkartenverkauf und Mitgliederverkauf und dies, das. Aber die haben auch einen freien Verkauf, den es geben wird bei Nürnberg. Und da kann man ja auch dann an Karten kommen, die eben in Anführungszeichen in der Nähe des Auswärtsblocks sind. Also halt in den Blöcken kaufen, die halt so nah dran sind, wie es geht am Auswärtsblock. Und da gibt es dann auch meistens keine wirklichen Beschränkungen, was jetzt die maximale Ticketanzahl angeht. Vielleicht mal maximal zehn Tickets oder sowas. Da kommt man schon auch gut an Karten. Darüber werden wahrscheinlich auch einige an Karten kommen müssen. Weil wie gesagt, der Auswärtsblock wird durch Mitgliederverkauf extrem schnell weg sein. Da werden einige über den freien Verkauf von Nürnberg gehen. Und der startet in Nürnberg am 16.03. im Ticketshop. Also genau eine Woche danach, nach unserem Verkauf. Ist auch ein gutes Timing, finde ich. Weil dann weiß man eben, vor einer Woche VfB-Verkauf. Dann weißt du, kam ich da an Karten oder kam ich nicht an Karten. Dann hast du die Klarheit. Und dann gehst du eben nächste Woche in den Nürnberger freien Verkauf rein oder eben nicht. Ich gehe auch da fest davon aus, dass man da an Karten kommt. Weil aktuell, wie mir ein Kollege geschrieben hat, der Klub-Fan ist, keiner da Bock hat in Stadion zu gehen. Das ist jetzt nicht spezifisch auf das Pokalspiel. Aber generell, keiner Bock hat gerade. Logischerweise wegen den Leistungen so. Fünf von Heidenheim gerade. Trainerentlassung. Da ist eben die Frage, ist noch viel Zeit bis April. Auch noch ein paar Spiele bis zum Verkauf, dann bis zum freien Verkauf. Wie viele dann wirklich frei werden. Aber ich glaube, über einen freien Verkauf. Wenn du mehr kommst, du auf 100% an Karten. Nur halt eben, ja, mehr oder minder eben nah am Auswärtsblock. Das ist eben so ein bisschen das Thema, wenn man ganz, ganz, ganz tief in den Auswärtsblock rein will, halt wirklich offiziell in den Auswärtsblock rein will, dann wird das halt über den Mitgliedverkauf laufen müssen. Und da eben die große Frage, ob das funktioniert. So, die Frage auch, wie machen sie das mit dem Auswärtskontingent? Also die Kapazität, die wir bekommen auswärts, weil es passen 50.000 in den Stallion offiziell. Das heißt, nach dieser 10% für Auswärtsfans-Regel sind das 5.000 Auswärtskarten. Und die werden brutal schnell weg sein über den Mitgliedverkauf. Gehe ich fest davon aus, was das auch erklären würde, dass es eben keinen freien Verkauf gibt. Das klingt für mich schon so, als würden sie sagen, yo, 5.000 Auswärtskarten verkaufen über den VfB, wie es offiziell auch quasi so ist halt mit den 10%-Regeln. Und alles andere, wo VfB-Fans auch noch hinwollen, müssen es halt über den freien Verkauf gehen von Nürnberg. So klingt das für mich. Die Frage, ob sie hier von Beginn an vielleicht schon, weil sie wissen, was da kommt. Gibt auch schon den ersten Artikel von wegen, kommt eine VfB-Inversion und sowas. Weil sie vielleicht schon wissen, was da kommt. Und man dann schon von Beginn an das Kontingent ein bisschen nach oben schiebt. Das Kontingent ein bisschen hochsetzt und vielleicht uns von Beginn an schon 7.500 statt 5.000 Karten gibt. Gehe ich aber irgendwie nicht ganz davon aus, vielleicht eher im Verlauf dann, dass vielleicht immer mehr Karten frei werden. So wenn die ersten 5.000 weg sind, dann kriegt der VfB doch noch die zwei, drei Blöcke daneben. Und dann wird das Kontingent im Verlauf des Verkaufs größer. Bin ich mal gespannt, das bleibt alles abzuwarten. Ich habe richtig Bock drauf. Sind ja echt nur so 45 Minuten hier bei mir aus Ansbach. Auch das erst zweite Spiel dann, was für mich klappt, quasi aus Ansbach zu fahren quasi. Weil sonst geht es ja immer heim für die VfB-Heimspiele und auch für die meisten Auswärtsspiele, weil es einfach aus Stuttgart einfacher ist, nach Hoffenheim zu kommen zum Beispiel. Ganz klar. Aber ich hatte bisher München, das 2-2 letzte Saison, kurz vor Saisonende dran, 30er Spieltag. Da war ich aus Ansbach hingefahren, wieder zurück hierher. Und ja, das wäre das zweite Mal tatsächlich, als das hier geht. Weil das letzte Mal das Nürnberg-VfB war, war ich ja auch hier. So ist es nicht. Aber da war ja Geisterspiel zu 20. Da war Geisterspiel, das 0-6 hat keiner am Stadion live mitverfolgen können. Da ging es nicht deswegen um so schnell, dass es jetzt funktioniert. Nochmal quasi ein Nürnberg-Auswärtsspiel vom VfB zu haben, während man in Ansbach wohnt. Doppelt und dreifach. Alles geil. Also die Auslosung einfach ein absoluter Traum. Natürlich, wir sind logischerweise noch nicht durch. Aber man sollte schon darauf hoffen und davon ausgehen dürfen, dass wir das schon packen könnten in Nürnberg. So ist es ja nicht. Ich werde Vollgas geben im Mitgliederverkauf. Ihr wahrscheinlich auch. Bin sehr gespannt, wie groß die Invasion am Ende wird mit den Auswärtsfans. Bedanke mich hier fürs Zuhören. Natürlich auch fürs Zuschauen. Aber hier noch viel mehr fürs Zuhören bei so einem Video hier. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.